So, Unterhaltung an Bord für Mama, die nach Uno sucht dich. Erst, nee, Play. Und was macht der Brian? Angry Birds. Macht Spaß? Ja. Und der Brian gibt Tutorial an Philipp. Und wie weit bist du im Teil? Ich bin erst bei Level 3. Ui, hast du. Jetzt geht es kaputt, geht es kaputt. So knapp. Aber du hast doch getroffen da unten. Aua.